Bei der Arbeit mit Objekten gibt es so einige Grundeinstellungen, wie zum Beispiel natürlich den Namen der Objekte, die man hier direkt durch Doppelklick verändern kann oder auch in der Basisrubrik des Objektmanagers. Aber es gibt hier auch noch grundsätzliche Einstellungen, die wir in einer separaten Spalte direkt neben dem Namen finden. Das sind praktisch drei voneinander getrennte Symbole, ein so ein grauer Kasten, einmal so ein Doppelpunkt und einmal in dem Fall jetzt hier so ein grünes Häkchen. Und das sind auch wieder Funktionen und Eigenschaften, die auch wieder über die Basisrubrik eingestellt werden könnten. Das heißt, Sie haben beide Möglichkeiten, sowohl hier mit diesen Symbolen durch Anklicken zu arbeiten oder aber hier mit den entsprechenden Kategorien, die wir auch hier wieder finden. Starten wir mal mit dem ersten Symbol. Das erste Symbol ist nämlich identisch mit dem Eintrag für die sogenannte Ebene. Die Ebene ist jetzt nicht räumlich zu verstehen, so wie eine Höhe zum Beispiel, sondern die Ebene ist mehr wie eine Schublade zum Ordnen von Objekten. Das heißt, ich kann mir hierüber eine gewisse Ordnung oder Sortierung schaffen, die ich mir selber ausdenken kann. Zum Beispiel, Sie modellieren ein Auto und würden jetzt sagen, alle Schrauben sollen in einer bestimmten Ebene sortiert sein. Alle Karosserie-Teile, alle Interieur-Teile jeweils in eigenen Ebenen oder als Architekt würden Sie sagen, Erdgeschoss, erste Etage, zweite Etage. Das sind zum Beispiel klassische Ebenen oder auch die Inneneinrichtungen, die Möbel oder die Fensterscheiben, alle in separate Ebenen. Der Sinn der Geschichte ist, dass wir es dann viel leichter haben, zum Beispiel die Elemente einer Ebene individuell zu bearbeiten, indem wir alle anderen zum Beispiel mal kurzzeitig ausblenden, unsichtbar machen. Das sind so typische Geschichten, die im Ebenensystem sehr viel einfacher fallen. Vor allen Dingen, wenn es um sehr viele Objekte geht, die in Ihrer Szene drin sind. Zum Beispiel Bäume im Hintergrund, dann könnten Sie die mit einem Klick mal schnell unsichtbar machen, weil die Sie vielleicht optisch gerade beim Arbeiten in der Szene stören oder der Editor dadurch zu träge, zu langsam wird. Ansonsten ist Ihnen das völlig freigestellt, Ebenen zu benutzen oder eben auch nicht oder welche Objekte in welchen Ebenen landen. Sie müssen auch nicht unbedingt alle Objekte in Ebenen zuordnen, denn im Prinzip ist es schon so, dass selbst dieses graue Symbol praktisch schon eine Ebene darstellt, nämlich eine Basisebene. Das heißt, da sind automatisch sowieso alle Objekte schon drin. Nur für diese Basisebene haben Sie ansonsten nirgendwo einen Schalter, um zum Beispiel Sichtbarkeit zu steuern. Um jetzt eine Ebene zuzuweisen, klicken Sie einfach hier auf diesen grauen Kasten und Sie sehen, hier gleich der erste Befehl lautet zu neuer Ebene hinzufügen. Der Befehl taucht immer dann auf, wenn wir noch keine anderen Ebenen schon haben. Also wenn Sie jetzt andere Objekte schon in der Szene zu Ebenen hinzugefügt hätten mit diesem Befehl, dann würde hier drunter optional eine Gruppe erscheinen, wo dann diese schon vorhandenen Ebenen abrufbar wären. Das heißt, Sie hätten es dann viel einfacher, dieses Objekt schon zu einer vorhandenen Ebene zuzuordnen, die schon da ist. Aber in unserem Fall gibt es noch keine Ebenen. Das heißt, wir müssten so oder so diesen Befehl benutzen und sagen, zu neuer Ebene hinzufügen. Sie sehen, dann erhalten wir hier so eine farbige Markierung. Die kann bei Ihnen durchaus anders aussehen. Die Farben werden nämlich von Cinema 4D erst einmal vorgegeben und automatisch besetzt. In meinem Fall ist das hier so ein helles türkisgrün und Sie sehen entsprechend, dass das hier auch im Bereich Ebene jetzt auftaucht. Das hat sich an dem Objekt, an dieser Wand hier dadurch erstmal noch gar nichts getan, weil die Eigenschaften der Ebene wurden noch nicht verändert. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, das zu tun. Ich denke mal, die einfachste ist, wenn Sie hier im Basisteil des Attributemanager sind, hier vorne mal dieses kleine Dreieck aufzuklappen vor dem Begriff Ebene. Dann sehen Sie hier nämlich auch wieder, diese Ebene hat einen Namen. Da könnten Sie zum Beispiel sagen, das sind alles Wände. Alle Elemente in dieser Ebene sind irgendwie Wände. Hier finden wir diese Farbe. Das heißt, es ist auch kein Problem, hier das umzufärben und zu sagen, das sollen aber tiefblaue Objekte oder tiefblaue Markierungen sein für diese Ebene zum Beispiel. Und dann gibt es hier unten diese Häkchen und da wird es dann eben interessant, weil Sie dann hierüber definieren können, was mit diesen Objekten in der Regel passieren soll, die Bestandteil dieser Ebene sind. Wir werden später noch sehen, dass es nicht nur Objekte gibt, sondern Sie können im Prinzip auch Materialien zu Ebenen zuweisen oder sogar diese Tags hier hinten. Also wenn ich dieses Tag mal anklicke, sehen Sie, auch da gibt es eine Basisrubrik und auch da gibt es hier die Möglichkeit, eine Ebene zuzuweisen. Und da funktioniert das so, da haben Sie hier hinten so eine kleine Taste mit einem weißen Pfeil drauf und wenn man da draufklickt, sehen Sie auch hier wieder zu neuer Ebene hinzufügen und jetzt den Eintrag, den ich gerade schon angesprochen habe. Jetzt haben wir ja schon eine Ebene, jetzt können wir nämlich auch auswählen und sagen, pack doch dieses Tag in die gleiche Ebene hinein, die wir sowieso schon haben, nämlich für die Wände. Oder wir machen eben eine eigene Ebene auf für dieses eine Font-Tag. Also darüber kann man jetzt entsprechend wählen und Sie sehen, die Markierung für die Tag-Farbe taucht jetzt hier oben so als kleine Ecke in dem Tag auf. Das heißt, hier über diese Optionen könnten wir jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte diese Objekte in dieser blauen Ebene im Manager nicht mehr sehen. Manager sind zum Beispiel hier diese Bereiche für Objektmanager oder auch später hier unten haben wir einen Materialmanager. Da würden dann entsprechende Materialien verwaltet. Also das sind hauptsächlich die beiden Bereiche, die mit dem Wort Manager gemeint sind. Das heißt, wenn wir das hier ausklicken, dann ist plötzlich das Objekt hier oben verschwunden, aber hier in der Ansicht nach wie vor brav da. Das heißt, das ist eine Option, um hier komplexere Hierarchien, also wenn sehr viele Objekte haben, kurz mal weg zu blenden und dann vielleicht nur noch Einträge zu sehen, die eben nicht in dieser einen blauen Ebene strukturiert sind. Genauso lässt sich das als wir einblenden. Dann gibt es hier Optionen für die Sichtbarkeit. Einmal im Editor. Editor, damit ist das Ansichtsfenster gemeint. Das heißt, wenn wir das jetzt hier mal wegklicken, dann sehe ich plötzlich meine Wand hier nicht mehr. Und das ist das, was ich vorhin meinte, was sehr praktisch ist, weil das natürlich jetzt mit einem Klick sich auf alle Elemente bezieht, die hier Bestandteil dieser Ebene sind. Das heißt, da können Sie mit einem Klick hunderte von Objekten mal schnell ein- oder ausblenden. Sehr praktisch. Das gleiche gibt es dann nochmal für das sogenannte Rendern, also später für die Bildberechnung, wo man ein bisschen aufpassen muss, weil das jetzt nicht unmittelbar hier zu erkennen ist. Das würde also bedeuten, dass diese Objekte, in dem Fall jetzt hier die Wand, später bei der Bildberechnung gar nicht zu sehen ist. Die würde einfach ausgeklammert, würde also im Bild nicht auftauchen. Deswegen muss man hier ein bisschen aufpassen, was für einen Zustand man da angibt. Ja, dann wird es halt immer ein bisschen spezieller. Man könnte jetzt hier auch sagen, wenn das ein Objekt ist, was eine Bewegung hat, eine Animation hat, dann könnte man die hier mit unterdrücken, praktisch ausschalten, dass das Objekt einfach nur still steht, anstatt sich zu bewegen und ähnliche Geschichten. Eins möchte ich hier vielleicht noch herausheben, das Wort Generatoren. Das bezieht sich auf die Objekte, die so ein grünes Häkchen haben. Das ist nämlich immer ein Zeichen dafür, dass es sich hierbei um ein Objekt handelt, was zum Beispiel durch eine Formel oder ein kleines Skript, ein Programm interaktiv, also jedes Mal neu berechnet wird. Und diese Objektgruppe fällt unter dem Begriff Generatoren. Das heißt, wenn wir jetzt hier die Generatoren ausschalten für diese Ebene, dann sollte eigentlich, und das wundert mich, dass das hier nicht funktioniert, sollte eigentlich in dem Fall auch die Generation, die Generierung von diesem Objekt ausgeschaltet werden. Genauso, als würde ich hier hinten dieses grüne Häkchen wegnehmen und daran sieht man, dass jetzt hier irgendwas nicht richtig funktioniert, also bei mir ein bisschen buggy ist in dieser Version schlicht gesagt, denn das ist normalerweise genau die Funktion, um die Berechnung eines Objekts zu stoppen. Ich schaue mal, ob das vielleicht nur an der Grafikkarte liegt. Ne, es ist tatsächlich, dass das ein Bug ist. Ja, da muss ich mich ein bisschen entschuldigen, beziehungsweise ich kann nicht wirklich was dafür, aber in dieser Version scheint das nicht zu funktionieren. Vielleicht in ihrer ist es dann schon wieder repariert. Das ist nämlich typischerweise hier die Markierung dafür, dass Objekte, die interaktiv berechnet werden, eben dann ausgeschaltet werden dadurch. Das wären hier die wichtigsten Einstellungen. Es gibt dann noch etwas, was auch ganz spannend sein kann, nämlich der sogenannte Solo-Modus. Das ist die Invertierung von dieser Sichtbarkeitsfunktion, so kann man es sich fast vorstellen. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier ein zweites Objekt mal abrufe, ja, vielleicht liegt es an der Quader-Darstellung, kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Wir hatten hier in dem Darstellungsmenü noch unten auf Quader das Ganze stehen. Mal eben schauen. Tatsache. Ja, das ist tatsächlich so, dass, jetzt sehen Sie, dass der Generator jetzt plötzlich funktioniert, witzigerweise. Es war also eine Geschichte, die über die Darstellung ein bisschen falsch ausgewertet wurde. Hier ist also so, so wie ich das auch beschrieben habe, dass dieser Generator eben jetzt praktisch die Funktion der Berechnung von dem Würfel tatsächlich ausschaltet, so wie das gedacht ist und genauso können Sie das jetzt hier hinten auch über dieses Häkchen steuern. Sie sehen, wenn ich jetzt hier darauf klicke, das ist die gleiche Funktion dieser Generator. Gott sei Dank ist also kein Bug, beziehungsweise kein Bug hier im Ebenensystem, sondern etwas, was vielleicht ein bisschen missverständlich hier im Darstellungsmenü funktioniert. Aber kommen wir zurück zum Solo-Modus. Da war es nämlich so, oder da ist es so, dass wir jetzt, wenn wir sagen, wir hätten gerne eine Ebene Solo dargestellt und ich habe jetzt hier die Kugel ohne eine Ebene, das ist praktisch diese graue Standard-Ebene und die Wand hat die blaue Ebene und die hätte ich jetzt gerne auf Solo geschaltet und Sie sehen, was passiert. Alle anderen Ebenen und alle anderen Objekte werden praktisch komplett weggeblendet, sowohl hier in den Managern als auch hier im Editor, also im Ansichtsfenster und das ist natürlich ganz praktisch, weil ich darüber jetzt sehr schnell mich konzentrieren kann auf die Elemente einer bestimmten Ebene. Es lassen sich natürlich auch mehrere Ebenen in Solo schalten. Das heißt, wenn Sie jetzt hier noch eine grüne und eine blaue und eine rote Ebene und was weiß ich wie viele Farben hätten, dann lässt sich jede von denen individuell auf Solo schalten, sodass auch mehrere Ebenen gleichzeitig sichtbar sein können. Aber in der Regel ist es natürlich ganz praktisch, sich hierüber zu konzentrieren auf eine bestimmte Ebene. Gut, soweit hier zu den Einstellungen der Ebene. Nur um das noch kurz aufzugreifen, diese Einstellung, die wir hier nach dem Aufklappen finden im Basisbereich, finden Sie auch noch einmal hier über diesen Reiter für die Ebenen. Nur hier eben in Form von Icons. Auch hier hätten Sie, wenn ich doppelt auf den Namen klick, die Möglichkeit, den Namen dieser jeweiligen blauen Ebene in dem Fall zu editieren. Man könnte hier mit einem Doppelklick auf das Farbfeld die Farbe editieren und wir können hier über diese Symbole genau die gleichen Optionen abrufen, die wir gerade schon gesehen haben. S wäre der Solo-Modus, A wäre die Anzeigedarstellung, R für das Rendering, also die Darstellung beim Rendern, M wäre für Manager, dann taucht das hier nicht mehr und so weiter. Wo wir schon hier einmal sind, wo man etwas aufpassen muss, ist das Verriegeln. Das steht hier bei V, dieses Bügelschloss. Das führt nämlich dazu, dass das Objekt hier praktisch uneditierbar wird. Es wird ausgegraut. Ich sehe es nur noch so ganz schwach hier stehen. Ich habe keine Möglichkeit mehr, dieses Objekt auszuwählen oder zum Beispiel zu löschen. Das ist ja auch der Sinn des Sperrens, aber natürlich ein bisschen problematisch, wenn Sie diese Szene jetzt jemandem geben, der sich mit Ebenensystemen nicht auskennt und der hier etwas daran verändern soll. Der hat augenscheinlich erstmal keine Option, hier etwas anzufassen, anzuklicken, außer in dem Fall jetzt hier der Kugel, die ja nicht gesperrt ist. Und diese Funktionen kriegen Sie nur zurückgenommen, wenn Sie jetzt hier tatsächlich in den Ebenenreiter gehen und hier das Bügelschloss wieder aufklicken. Nur so kommen Sie wieder an dieses Element dran. Ansonsten ist das hier sehr redundant und doppelt mit dem, was wir jetzt hier auch schon gesehen haben. Auch hier hätten Sie sonst die Möglichkeit zu verriegeln. Sie sehen, das hat genau den Effekt, dass Sie jetzt nicht mehr wissen, wie kriege ich die Verriegelung wieder auf, weil Sie dieses Objekt nicht mehr auswählen können. Das heißt, dieser Dialog nicht mehr erscheint. Deswegen gibt es eben auch unter anderem diesen separaten Ebenenbereich, wo Sie dann das Schloss wieder aufmachen können. Also das nur in der Kürze zu Ebenen. Was sind Ebenen? Wie werden die konfiguriert? Welchen Vorteil haben wir dadurch? Ansonsten, Sie brauchen diese nicht zwingend zu benutzen. Sie machen halt hauptsächlich dann Sinn, wenn Sie eher komplexe Szene haben mit vielen einzelnen Objekten, um da ein bisschen Struktur hineinzubringen. Das war's. 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 Das war's.